Geheimnis dieser verfluchten Insel zu stellen. Weißt du, was das Schöne jetzt ist? Jetzt kann ich dir nicht mehr reinreden. Jetzt sehe ich selber, wann dein Text kommt. Wer würde so etwas tun? Bitte findet meinen Vater Fracki. Ich bange um sein Leben. Fracki? Ja, Gagel. Gagel, Gagel. Da geht's nicht weiter. Darum geht's hier nicht weiter. Laut Karte geht's hier unten weiter. Weil es macht ja auch total den Sinn, erstmal hier unten an jeder Stelle da oben in das Tor einfach einzureißen. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Das wäre ja viel zu einfach. Control Punkt arrived. Und jetzt sind hier zwei Rundne. Stell ruhig mal in beide rein. Da hinten ist noch eine Kiste. Hast du die aufgepächt? Nö. Neuer Gegenstand. Gewinnig. Ja komm, wir sollen uns hier oben reinstehen. Oh, dieser Trollgestank. Lass uns kämpfen, um meinem Ekel ein Ende zu setzen. Ja. Zurück in deine Hobbit-Hüllen oder direkt in deinen Schrab. Mir ist dein Ficksal egal, Eindringling. Warum hat der so eine Synchro-Stimme? Warum hat der so eine Stimme bekommen? Was ist denn mit den Synchronisatoren oder die, die dafür zuständig sind, wenn ich in Ordnung bin? Stirb einfach. Oh, ich habe einen lilanen Gegenstand erhalten. Oder irgendwas lilanes. Ja. Das ich jetzt nicht bekommen habe. Ja. Du auch nicht? Ja. Wahrscheinlich bin ich bester. Ah, geh mal auf Rucksack. Ich bin in meinem Rucksack. Das ist ein Z-Teil. Axt zweihändig. Benötigt Stufe 28. Okay. Also bei mir, das was, ja guck in Stream, das was ich bekommen habe ist ein Z-Teil. Weil da steht nämlich Lever-Teins-Heft-Kopf-Knauf. Ah, alles klar. Artefakt-Gegenstand. Nein. Wow, nice. Also wenn man den zerstörtet. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Arte, nicht Material. Richtig. Gut, dass ich Helga mag. Andernfalls wäre ihr Vater nun seinen Kopflos. Wo wir so denn hängen? Das muss zum Feuer. Irgendwo in Norden. Du hast ihn mit der falschen Schild mal angelegt. Tot, tot im Hütten, kaputt gemacht. Häh, die Uniform! Häh, häh. Tod unserer Fein! Kack, Vogel hier wieder, Junge. Ja, man. Da war noch eine Kiste. Oh, ich komme wieder rechtzeitig zum Leben. Ja, war das wichtig noch. Mein Trollschild. Aber, das muss ich nicht trauen. Ich hätte doch irgendwie einen Helm bekommen. Film mir gerade ein. Der war noch weniger Rüstung. Ne, das ist nicht verkehrt. Wie geht es denn hier weiter? Was ist denn das hier? Ich muss doch noch ein Trollschild kaputt machen. Ja, ich komme da nicht hin. Ne, zwei. Aber so auf mich. Jo, erst mal den Stein kaputt geschossen. Hast du gut gemacht. Hast du immer alles kaputt machen müssen. Dafür würde ich bezahlen. Hast du jetzt auch zehn Lebensrauf bekommen? Bein. Wie bitte? Jo. Lebensrauf. Natürlich. Das hat jetzt auch garantiert nichts mit Roller-Forker zu tun. Oh. Yeah, Stufe 5. Oh. Ja, dreh da noch ein bisschen mehr dran. Ja. Kennst du die richtige Reihenfolge? Nö. Siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht. Da ist noch eins zum Drehen. X. Fall nach oben. Dann. Ah, da ist er angezeigt. Alles klar. Äh, hier ist der erste. Hier muss das X hin. Woher weißt du jetzt, dass das der erste ist? Da. 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 Das komische. Da. Die andere Rune. Ich weiß gar nicht, welche die letzte ist. Tada. Welcher Tada? Da. 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 Oh Gott. Schweinewanne. Mann der Schweine. Oh, ich würde kaputt gemacht. Liegt überall Holz rum. Ey, hier liegen überall Rohstoffe. Ja, musst du eins sammeln. Looten. Hast du doch nicht den guten Glut liegen lassen. Control Point arrived. Ich würde sagen, auch mal treffen wir, Mädel. Ich werde euch auf den ersten Weg leeren. Ja, du machst das schon, ich brauche gar nichts zu dir hinlaufen. Einfach kill. Ey, die Fähigkeiten sind echt teilweise ein bisschen übertrieben, ne? Geht. Bei mir hat die am Anfang die Vieh hier nicht gekältet. Jetzt erst mit dem neuen Bogen, so. Ja gut, und ich habe mir von vorne rein gleich eine neue Waffe hergestellt, als ich konnte. Ja, hatte ich auch gemacht. Ja, aber ich habe trotzdem nicht so viel Schaden gemacht. Voll daneben. Eben. Neuer Gegenstand. Gewöhnliche Scherpe. Die Zilo keine gewöhnlichen Gegenstände haben, wenn ich was legendäres mache. Stell dir mir den 3-4-Kill-Flau. Oh, neuer Gegenstand. Heiß wieder. Da war was legendäres. Bei mir auch. Ein legendäres Ricken. Sehr nice. Hm. Nicht wahr drum. Du Gold. Goldene Nüsse. Oh. Dodgeball. Oh. Dodgeball. Ein Händler. Gibt's auch. Oh, ne hässliche Trotte. Ich weiß es nicht. Wo ist wieder Horten, muss der sein? Wie geht? Habe ich noch Holz drin? Komm ich nicht ran. Verdammt. Geh mal weg da. Ich krieg mein Gold. Nein, du kriegst dein Gold nicht. Weil dein Gold ist mein Gold. Das eben das deine, das meine. Mal zu mir sind nicht verheiratet. Auf mit so einem Scheiß. Niemals. Komm langsam Angst mit dir. Na, ich mit mir auch. Das Schöne ist, du machst es, also das Schöne für dich. Du machst das Team Speed aus und ich bin weg. Ich muss weiter mit mir leben. Der von uns beiden ist jetzt hier der Angst. Das Schöne ist, das Schöne für dich. Hä, hä. Ich sehe mich nicht zu. Scho alle Viecher, Goblins-artige Möbel. Huh, wo ist er denn? Ah, erschlagen. Ich finde diese Meldung auch so geil. Erschlagen. Drei Verkehr! Hm! Oh Gott! Fresse! Oh Gott! Wo ist er? Ah, da kam keiner raus. Doch, jetzt kommt er. Die kommen von oben runter gesprungen. Aber meistens stürmen die gerade eher, ne? Die sind ja meistens beim Pissen gemolchelt von uns. Ja man. Ich glaube beim Kacken versteinern. Ja. Boah, geil halt. Auf jede Hütte einmal draufschlagen. Den Rest machst du ja schon. Ein Schatz! Ein Schatz Crew! Ein Eis in der Schädel! Ja, ein gewinnlicher Stab. Kann er da jetzt mal von da oben runter hopfen? Hopfen? Was heißt hopfen? Nein, hopfen! 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 Ah, das lernst du auch. Schreib den hier ab. Ich bin zwar jetzt Noamain. Hier geht das doch rein, oder was? Ne, das geht nicht. Das ist doch Gold, oder was? So, da oben geht's weiter. Also gehen wir erstmal in die andere Richtung. Nur mal irgendwie sieben von diesen Häusern. Da oben hab ich gesehen, da wäre noch eins. Schnauze! Komm ab! Also wir hätten echt eine Schwierigkeit schon höher stellen sollen. Ja, jetzt so gemeinsam ist es dann doch wieder einfach, ne? Ja. Aber vorhin so alleine war es teilweise schon recht knackig. Ja, genau. Kaputt. Alles kaputt gespielt. Oh, komm schon. Komm schon. Kommst du? Fibel des Jägers. Also ich kann mir nur vorstellen, dass draußen noch was wäre. Ja, sieht so aus, ne? Weil... Wenn ich das gerade richtig gesehen hab... Hier drin haben wir echt alles. Gucken wir doch mal draußen. Oh! Boah, schon hab ich verfehlt. Dafür hab ich ihn getroffen. Ich bin so ein... Mein Aiming ist so... Kack noch? Ja, so kann man das jetzt eigentlich nicht sagen. Oh, da ist ein Gold. Oh, hier ist ein Schatzkribbel. Tatsache. Oh, hier ist noch eine Hütte. Hast du geschlampt? Und dafür hab ich den Kalkai-Kling gemortelt. Aber ich hoffe beim Pissen. Ja, natürlich. Sehr gut. Wir brauchen die Fögel. Wir brauchen die Fögel. Wir brauchen die Fögel. Ja, wir brauchen die Fögel. Hast du die, die wir für die andere Fögel brauchen? Schon brauchen wir 20 Stück. Ja. Ja. Wir brauchen die Fögel. Wir brauchen nur noch einen von den neuen Schädeln, ne? Ja. Die tauchten übrigens vorhin schon irgendwo am Strand auf. Als ich da am Strand lang gegangen bin. Komm mal hierher. Machen wir mal den Monty. Warte mal, komm mal her. Da drüben ist noch so ne Einbruch dann. Hier bei mir auch. Wir wollen hier kommen können. Ich glaub ich stink. Ich glaub da wo du warst, war ich vorhin nämlich. Und hatte die ersten zwei davon kaputt geklopft. Wir müssen ja irgendwo noch 10 Stück davon finden. All der Socken. Ah hier bei mir ist es noch wieder. Aber hier kommt keiner. Vogel, alter. Drecksau. Stürme nicht. Genau. Oh, hier ist noch ne Kiste. Na warte, ich bin über den. Oh, jetzt kommen sie aber hier. Na guck mal, jetzt. Ich muss ihn aber wahrscheinlich noch zu zweit kommen. Oder irgendwie so. Also die Laufanimation ist auf jeden Fall. Na wenn das so ne Kiste im Wasser ist, dann erscheinen diese Hainos. Meinst du die heißen Haino? Ja hier, hier wo ich jetzt bin, glaub ich, ja.